genau von hinten als ob willkommen zurück ihr kleinen lubbys bei minecraft sender games zu einer weiteren runde ich brauche nämlich nur 5000 punkte das hört sich viel an ist es eigentlich aber nicht bis zum kängurukit brauche ich nur noch 5000 punkte und dann habe ich endlich meine 20.000 für das kängurukit ich freue mich schon riesig und kann ich endlich mal ein anderes kit benutzen als nur der barbar hier ja ja danke so ja was ich erzählen wollte ist und zwar ihr wisst ja es kommt jetzt ein neues projekt von mir und dem hp und zwar end of sky und da haben wir in der zweiten folge eine schöne liste veröffentlicht und in dieser liste steht drin dass what the fuck ja ich habe geschafft dass wir zehn aufgaben also ist ja eine 50 aufgaben liste in skyblock immer und dass wir zehn von diesen von diesen aufgaben machen werden aber dazu muss jeder von euch mindestens zehn solcher fragen erst mal fragen solche aufgaben erst mal stellen also die da angegeben sind also einfach die man sagen oder sowas dann reicht uns das schon und dann werden wir in einem random topf das ist ein apfel wenn wir in einem random topf random topf auslosen welche zehn fragten fragen wieso solche fragen aufgaben wir machen und ja mal gucken wie das so wird ob wir das überhaupt alles hinkriegen mit den ganzen aufgaben weil es sind ja schon ein paar harte aufgaben dabei aber wir geben unser bestes dabei so ich bin natürlich richtig klug ihr wisst ja wie ich bin in ender games ähm ich habe schon mal einen schneeball paar feine das hilft mir aber nicht wirklich viel dort ist alter dort ist alter so meint ihr wir kriegen den jetzt okay wir kriegen ja nicht er hat einen eisenschwert wieso kriegen wir denn nicht wo er geportet habe ich habe so langsam das scheiß gefühl oh gott bin tot glaube ich bin so gut wie tot aber nö ich bin safe ich bin safe an der wand mitten im nirgendwo ist doch mal was so ähhh kommen wir da hoch kommen wir da hoch wir kommen da hoch ich muss was snacken steak am besten steak 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 und ich hoffe ich werde jetzt erstmal nicht geportet das ist mir nicht so klug so ähm jetzt haben wir ein bisschen geschnelligkeit geschnelligkeit geschwindigkeit wollte ich eigentlich sagen aber dann ist geschnelligkeit raus geworden so da ist ne kuh den brauchen wir nicht da sind kisten tnt brauche ich eigentlich auch nicht speedlock brauche ich eigentlich so eisen pfeile tnt äh pfeile danke da hinten springt dieser kängurumann bester man bester man bester man bester man würde ich mal sagen känguru ist immer bester man so wo ist er hingesprungen da hinten springt er er hat auch noch ein dia schwert alter leute ganz ehrlich es sind zu harte gegner hier einfach am werk manche sind aber wirklich overpowered ganz ehrlich ganz ehrlich ganz ehrlich jetzt leg ich mir auch noch eigenes feuer dahin ey leute ey wär ich jetzt gestorben dann hätte ich mir aber sowas von in den arsch gebissen das glaubt ihr gar nicht so zack zack what so eigentlich kann ich mir ja nehmen eigentlich hab ich ähm ich bin zwar nicht am geilsten ausgerüstet aber vielleicht könnte man diese runde sogar hinkriegen also ein bisschen zu überleben hier wenigstens gehen wir mal unser bestes kommt der aus dem wald hier geschlingelt fände ich so toll fände ich nicht so toll hä genau von hinten als ob wieder jetzt sind die vier verbleibenden spieler da leute ganz ehrlich ich war der fünfte und ich hab's wieder nicht geschissen gekriegt maaaann ich hab auch keinen kill gemacht die runde ne ooo ich bin so schlecht ja leute an dieser stelle würde ich sagen ich hoffe es hat euch wie immer gefallen wenn ja vergesst nicht den daumen und wir sehen uns morgen bei einer weiteren runde entweder survivor games oder ender games habt noch einen schönen tag bis dann tschüss tschüss dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017